Nehmen Sie die neue RT 125 mit dem millionenfach bewährten DKW-Zweitakter. Über 80 Stundenkilometer, nur zwei Liter Normverbrauch. Und hier das große DKW-Schnelllasterprogramm mit dem unverwüstlichen DKW-Zweitaktmotor und dem kurvensicheren Frontantrieb. Der DKW-Kombi als idealer Mehrzweckwagen. Werktags für Transporte, sonntags für die Familie. Der DKW-Bus mit reichlich Platz für acht Personen und Raum für viel Gepäck. Und endlich die heiß ersehnte neue DKW-Meisterklasse mit unvergesslichen Fahreigenschaften. Als formschöne Limousine und schnittiges Cabriolet. Geräumig wie ein großer Wagen. Über 100 Stundenkilometer und nur sechs Einviertelliter Normverbrauch. Elegant. Temperamentvoll. Geräumig. Komfortabel. Ein Auto, wie Sie es sich wünschen. Auto-Union DKW Junior. Großraumkarosserie. Jeder hat seinen bequemen Platz. Ein echter Viersitzer. Viele Annehmlichkeiten für die Fahrt. Griffiges Tiefnabenlenkrad. Benzinuhr. Anlage für Heizung und Belüftung. Körpergerechte Kontursitze. Stoßelastisches und reflexfreies Armaturenbrett. All das gehört zur serienmäßigen Aufstattung dieses Wagens. Und so ruhig liegt er auf der Straße. Vierganggetriebe, selbstverständlich voll synchronisiert. 92-prozentige Vollverglasung. Dadurch unbehinderte Sicht nach allen Seiten. Sie sehen alles, was um Sie herum vorgeht. Und hier der Ferienkofferraum. Der hat es in sich. Sehen Sie selbst. Damit können Sie getrost für einige Wochen verreisen. Keine Entfernung ist ihm zu weit. Kein Berg zu steil. Keine Kurve zu scharf. Keine Straße zu blank. Und er bremst millimetergenau. DKW Junior, der Schlüssel zu Ihrem Glück. Ihr Auto-Union-Händler hält ihn bereit. Machen Sie doch eine Probefahrt. Doggomobil bittet um Ihre Aufmerksamkeit. Wo mag der Isolani stecken? Fürst Wallenstein fragt nach dem Recken. Mir schlafen fast die Füße ein. Ich komm zu spät zum Wallenstein. Spät kömmt ihr, doch ihr kömmt. Der weite Weg, Graf Isolan, entschuldigt euer Säumen. Mein allerbester Edelmann, nehmt Gokkos Hilfe dankbar an. So kömmt ihr schneller an das Ziel. Benutzt ihr das Goggomobil. Den Wagen, da in dem Sie sitzen, kann nur ein kluger Mann besitzen. Zwar klein, jedoch kein Pappenstiel. Mit einem Wort Goggomobil. Gokko, Gokko, kennt jung und alt. Fünf Wagen bietet Gokko an, die jeder Mann sich leisten kann. Der Preis ist kleiner, vorteil groß. Ein Gokko ist so anspruchslos. Die praktische Limousine, das sportlich elegante Coupé, der leistungsfähige Transporter und das große Goggomobil T600 und T700. Der elegante Innenraum mit anatomisch gestalteten Sitzen bietet auch bei längster Fahrt wohltuende Bewegungsfreiheit für vier erwachsene Personen. Und dazu ein enorm großer Kofferraum. Goggomobil fahren heißt Geld sparen. Ich mit meinem Gokko auf der Reise bin, dann hab ich gute Laune, wenn ich das Gokko Liedchen sing. Und hab ich einmal Sorgen, ja dann mach ich gar nicht mit. Ich fahr dann raus ins Grüne und mein Gokko singt ein Lied. Fahr mit mir, fahr mit mir, fahr mit mir durch die Welt. Ich sing dir dabei, mein Lieb. Jeden Tag, jede Nacht sing ich die Melodie. Mein Lied ist mit mir im Verzicht. Ich mache dich froh, denn mein Rhythmus ist so. Jetzt fällt dir mein Lied, ja dann singe es mit. Fahr mit mir, fahr mit mir, fahr mit mir durch die Welt. Ich sing dir dabei, mein Lied. Eine gelungene Überraschung, denn ihr Wunschtraum ist damit am Ziel. Lösung klar. Goggomobil. Das sportlich elegante Coupé, der ideale Zweitwagen für die Hausfrau. Endlich kann sie unabhängig einkaufen. Lass mich den ersten Gang schalten. Das macht besser die Mutti. Auch wenn die Schaltung kinderleicht ist. Mensch, der hat's gut. Ja, der kann mit dem Auto fahren. Von Tag zu Tag gefällt er mir besser. Wissen Sie warum? Weil seinem Lack sogar die Laternengarage nichts ausmacht. Und unten schenken. Da wird in der Gegend. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020